Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallgeist in der dritten Season im Winter, denn mit dabei sind natürlich auch noch Mon und Ralle. Hallo. Hallo. Im Stream. So. So, und unterwegs ist diesmal Schneemann. Ist das überhaupt der richtige Unterteil vom Schneemann? Ich hab das falsche Unterteil genommen vom Schneemann. Oh, was kannst du eigentlich? Was hab ich denn da genommen? Ich hab mich schon gewundert. Warum hat der denn so ein komisches Schwänzchen da hinten dran? Jetzt sehe ich gerade bei den anderen. Ich hab das falsche Unterteil genommen. Tschüss. Ein Schneemann mit einem Schwanz. Ja, toll. Das ist ja super. Das ist ja toll. Ich hab da vom Pinguin noch. Das ist ja die vom Pinguin. Mach das Moppet mal hier runter. Hallo. Die laufen alle. Alter. Die sind alle vorne. Nee. Ja. Oh, nee. Ich bin raus. Das war sehr kurz. Sind sie alle draußen? Nein. Nee. Oder warum ist der Wikinger wieder mit der Höschen? Ja, wir sind weiter. Ich hab den Fels Unterteil. Hau, ich hab mich da noch gar nicht zu sagen gerade. Kann ich den Unterteil nochmal ändern? Da. Weißt du auf den Unterteil? Na, Unterteil. Oh, der ist schon jemand. Der guck. Ich hab gar nichts an unten rum. Ach so. Toll. Da muss ich ja rausrosten sehen hier. Super. Na toll. Super. Na, wie sich das für einen echten Gamer gehört. Richtig? Nackt zocken. Geil. So, Mustert. Denk um es? Ja. Ich hab auch immer nur Bodypainting an meine Klamotten. Ach so. Ja. Na klar. Ich brauch den schon Klamotten. Die schwer ist es nicht. Vor allem im Winter, hallo? Hallo? Nur Schreckgeschicht hab ich ja. Wer nicht? So. Warum bist du, warum bist du jetzt, steht man vor mir grad schon umgefallen? Komplett ohne Fremdenwirkung. Wie geht das? Ich weiß ja, was hat die Verstoß da gut? Wie die Unfalltaste oder was? Die Unfalltaste. Oh, guck mal, da können wir auch drüber. Besser. So, jetzt einmal die Dinger. Aufstehen lassen. Aufstehen lassen. Ich komm durch, ich komm durch, ich komm durch, ich komm durch, ich komm durch. Aufstehen lassen, Leute. Na, ich komm durch, ich komm durch, ich komm durch, ich komm durch. Weg. Ich geh da gar nicht mehr durch die Mitte. Ich geh immer direkt runter. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nein, nein, ich versuchte schon gar nicht mehr durch die Mitte. Nein! Ich will da auch nicht durch die Mitte. Ich lass mich auch nicht, es war einfach runter plumpsen. Bist du halt schneller? Na, ruhig. Ich hab's echt nicht geschafft, am Rand lang zu laufen. Schade. Bim, 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 bim. Echt da. Oh, Wind, Wind. Könnte diesmal knapper werden. Hier beim Rand, genau. Oh, das war knapp. Ja, Halle, das ist geschafft. Wacht, da nicht so früh. Hier bin ich auch schon ganz oft noch runtergefallen. Oh, da fühlen sie nicht durch. Äh, aber ja, ich lass dir das jetzt gefallen. Was? Okay, wo bist du denn? Du bist durch sein. Du, 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 du. Ich möchte mich zugucken. Ich will ja mal keinen Schnee machen. Halter Abstand. Oh je. Schandte einer? Nee, also nicht, so heißt der nicht, aber, ähm, Samstag hat. Schandte, halter Abstand. Ach so. Tü, 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 tü. Wer hat dafür einen Hut? Ach so, das ist immer noch dieser Regenbogen gedöhnt mit Wolke. Ich. Oder so. Wenn wir nachher mal ein Video von jemandem angucken. Mhm. Ob wir da drin sind. Ach echt? Meinst du? Ich spiele auf jeden Fall auch schon eine ganze Zeit. Ja, hab ich zumindest auch gerade gesehen. Wenn du das meinst. Deswegen gucken wir, muss ich da auch mal reingucken. Man nennt im Stream keine, nicht die Namen anderen Streamern. Wo ist die denn nachher? Wo ist die denn nachher? Oh, hoffentlich ruckelt das gleich nicht wieder. Ach ja, stimmt. Wollt ja an die nicht. Wie wir auch immer so ein Stückchen über die Erde erst befliegen. Wie ich am weitesten weg von allen Eiern. Ich geh direkt nach unten und warte überhaupt nicht. Ich geh mal vor ihm da hin. Ey, ihr fallen ja schon mal hier runter, so was. Oh. Nein, nein, nein. Wir hatten ein Goldenes. Wir hatten ein Goldenes. Wir hatten ein Goldenes. Eißer grün, ne? Nein, nein. Nein, die Axt hat ein Ei. Du dummes Kackvieh. Blau. Blau. Nein. Ich Transformat dafür. Nee, schon wieder. Ich mach halt jetzt den ersten Mal. Das ist ja Slapstick. Oh. Wir haben fünf. Wir haben halt fünf. Hallo. Hallo, wir haben nur fünf. Ja, jetzt haben wir eins mehr. Sag mal, dauert blau ab mit unserem Ei. Und dem, und dem. Ungünstig hier. Ich nimm das. Du, kack, wie vom Blau. Blau. Ja mal 4. Super. Er schmeißt die echt alle raus. Komm, einmal auf die D. Hier liegen noch welche. Kann sich den erholen. Wieso verteidigt hier niemand? Moon. Ich bin doch gar nicht hier. Wir haben ein Ei. Hier steht gelber, der hat schon resigniert. Moon. Es leckt schon wieder bei euch. Bei mir gehts gerade. Moon, wo bist du? Halt hier im Blauen fest. Dankeschön. Ich bin tot. Ich hab noch ein Ei. Hier. Nein. Alter, hier sind mehr Gegner als Eier. Ja, ist halt nicht so. Aua. Witz. Ja. Das ist ein Witz. Ich hab's mal versucht. Na gut. Aber doch ein bisschen am Ruckeln. Ist halt echt wieder gewesen. Ich hab mir überhaupt nicht. Das stimmt irgendwie. Uh, zwei Runden gewonnen. Geil. Doch, jetzt kann ich mir wenigstens richtig Unterteil anziehen. Und ne Runde bekommen. Nice. So. So. Achso. Ich musste nicht mal kurz was zusammenschen. Du brauchst noch mal ne Folgen weglassen. Ne, ich hab die Aufnahme geradeaus versehen nicht weitergemacht, sondern beendet. Ey, ich hab Godzilla neben mir, der hat ein Auto in der Hand. Ja, der ist voll cool, das genau. Haben sie mal eine Werbung gemacht. Boah. Also. Nein. Ich bin runtergefallen durch den Schleim, aber die halbe Rampe hochgeflogen. Ja. Achso, die neuen Dinger. Ja. Ja, ja. Okay. Wenn das wäre jetzt noch bis vorkommen. Dankeschön. Welches Tor? Alter. Ja. Ich bin in irgendeinem rumfliegen. Hat er mir erwischt. Okay, mein Spiel ist aber gerade, ich muss da gleich mal einen Neustart machen. Oh, oh. Ich bin ein bisschen am ruckeln. Okay. Zweite, dritte, irgendwie so. Sehr gut. Jetzt haben wir die Mitte durch. Och, Mensch. Mann. Och, nö. Hallo. Hallo. Du hörst aber die auf zu cooler gerade. Ich rei... Ich... Ich lasse gleich aus. Mann. Ah, ich kann das Gefühl. Ich weiß, was du meinst. Ja. Du 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 du... Hm. Wir hatten einige Sachen aber noch nicht. Erste Sachen hatten wir noch nicht. Erste Sachen hatten wir noch nicht. aber verzichten sie aber auch nicht die denken sie brauchen wir haben wir damals mal programmiert die bringen wir jetzt jedes mal rein egal wie ein bisschen rein wo bin ich wo bin ich stelle mir wieder ein baby vor ja geil nein nein warum nein 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 ach komm schon also ist ja was ist das denn für eine coole anzeige ich mach schon mal emotes ja ich will vor mir den nochmal sehen da hat irgendwie so coole streifen gehabt und das war so ein erster hinten drauf ach so seid ihr schon alle durch alle sind schon durch what und ich bin ja alle ach so stimmt ich vergesse jedes mal welche wir schon gespielt haben die liste schon so lang ja war dich hier das ist doof so mhm geil so wind 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 ja stimmt nein nein wupp 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 wanız dann wupp 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 h ich bin raus wupp 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 Was passiert? Was machst du? Ich spring hier rum. Oh scheiße. Ach komm. Ich fliege noch ein bisschen mit der Schneewelle. Ich bin zu dumm. Ich komme da nicht hoch. Ich bleibe einfach hier jetzt. Oh oh. Nein. Nein. Ja, ich bin nicht mal allein. Geil. Ja doch. Nein. So. Ja, lief doch gut. Ja, falls es trotzdem gefallen haben sollte, dann lass doch gerne ein Like da und schalte beim nächsten Mal zur Folge jetzt wieder ein. Tschüss. Tschüss.